Spoiler-Alarm an der Stelle, ja, ich habe letzte Woche das letzte Spiel, das ich noch off-camera spielen musste, im Draft gewonnen. Das heißt, der Draft geht heute weiter. Ich bin noch nicht raus, es ist alles möglich. Der Homerun ist drin, es ist alles drin, es kann alles passieren. Und was passieren wird, seht ihr gleich. Herzlich willkommen, es ist Freitag, wir spielen Magic. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freu mich sehr, ja. Letztes Mal war ich, ich würde sagen, relativ erfolgreich für meine Verhältnisse im Draft. Ich habe mir ein Deck gedraftet mit den neuen Theros-Karten. Theros Beyond Death ist mittlerweile seit einer Weile draußen. Und es macht sehr viel Spaß zu spielen. Und ich habe mir ein Deck gedraftet und habe mittlerweile schon drei Siege eingeholt damit. Und erst eine Niederlage in dem Hardcore-Draft, in diesem Best-of-3-Draft. Wir gucken mal ganz kurz rein in unser Deck, damit ich mir das auch so ein bisschen wieder in Erinnerung rufe. Soweit ich mich erinnere, ist unser Deck, wie so viel ist in Theros natürlich auch Verzauberung ausgelegt. Aber wir haben, das ist eine Schlüsselkarte, unsere Aphemia, die kann einem am Ende des Zuges eine Verzauberungskarte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Dafür kriege ich ein 2-2-Zombie. Und wir haben den Archon, der Sonnengarde, der immer, wenn wir eine Verzauberung ausspielen, ein 2-2-Pegasus erzeugt. Das war so ein bisschen die Karten, um die herum der Rest so entstanden ist. Das heißt, wir haben Verzauberungskarten, die wir ausspielen, dann kriegen wir einen Pegasus und dann ziehen wir sie aus dem Friedhof ins Exil, kriegen einen Zombie, wenn das alles so klappt. Aber vielleicht klappt es auch nicht. Ansonsten haben wir noch die Chimera mit dabei. Die wird billiger bei Weiß, auch ganz gut. Ein paar Verzauberungskreaturen, die wir so ein bisschen notgedrungen mit reinnehmen mussten, sind drin. Die sind mit drin, damit wir unseren Friedhof ein bisschen auffüllen. Und ansonsten einige Verzauberungen mit dabei und Verzauberungskreaturen. Verzauberungskreaturen, Seelenschnitte der Mogis hat mir sehr gut gefallen beim letzten Mal. Für drei Mana kann man eine Kreatur opfern, ziehe eine Karte zu jeder Zeit opfern. Also auch wenn sie im Kampf ohnehin schon sterben würde oder wenn man aus irgendwelchen anderen Gründen eine Kreatur nicht mehr braucht, kann man sie opfern zu jeder Zeit. Wunderbar, ein bisschen Removal ist drin, ein bisschen Gedöns. Ich würde sagen, wir schauen mal an, wie das läuft. Wie gesagt, Best of Three spielen wir immer. Und wir haben schon drei Siege eingeholt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur Zufall ist, aber dieses Interface lässt eigentlich nur noch zwei weitere Siege zu. Also wir sind schon fast in einem Bereich angekommen, mit dem die Entwickler gar nicht gerechnet haben, dass es überhaupt ein Mensch geschaffen kann, so oft zu siegen. Also ich sag mal, wir brauchen noch zwei Siege zum Homerun. Noch zwei Siege zum Homerun. Ich versuche wenig Fehler zu machen. Ich gebe mir Mühe. Ich versuche meine Züge wohl zu überleben, überlegen, um lange zu überleben. Wir haben wieder ein Best of Three. Das heißt, wir können ein Spiel verlieren und kommen dann noch mal zurück. Ansonsten hat sich unser Deck bewährt. Wir haben viele Antworten auf viele Sachen. Und wir gucken einfach mal rein. Chat ist mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ansonsten, ähm, alles ist drin. Wir sind an einem Punkt, wo wirklich alles möglich ist. Viel Siege ist auf jeden Fall schon mal überdurchschnittlich. Vor allem für mich. Gerade in diesem Best of Three-Modus, der mich so ein bisschen überfordert. Alles klar, los geht's, Freunde. Falls ihr nicht wisst, was Magic ist, dann habt ihr ein Problem. Okay, alles klar. Nicht die beste Starter, ehrlich gesagt. Wir haben direkt fünf Mana am Start. Ähm, auf der anderen Seite kostet sie nur zwei Mana, ne. Direkt im zweiten Zug ein Zwei ins Flieger zu haben, ist schon mal ganz nett. Wenn der Gegner es nicht beantworten kann. Auf der anderen Seite ist es schon sehr, sehr langsam mit fünf Mana. Ja, wir haben zumindest beide Mana-Farben. Das ist immer ganz gut. Wir können nur sie ausschicken. Und ihr Effekt hat halt gar keinen Effekt. Wir haben keine Verzauberungskarten im Exil. Ähm. Und das ist halt einfach eine Zwei-Einser. Okay, come on. Ich mein, sie legt drei Karten in Friedhof in Zug vier. Dann kriegen wir vielleicht eine Verzauberung. Aber es ist alles super spät. Ich zieh neu. Ich zieh neu, Freunde. Vielleicht bereue ich's. Naja, okay. Gut. Wir haben jetzt zumindest mehr Möglichkeiten. Wir haben zwei Removal. Wir haben unseren Seelenschnitt. Die Frage ist nur, was ich ablege. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen gierig sein. Na, die Ebene will ich nicht ablegen. Und ich brauche beide Sümpfe für ihn. Ähm. Dann legen. Was legen wir denn ab? Eigentlich will ich alles behalten. Aber die ist zumindest vielseitiger, glaube ich. Hier Stärke zwei oder weniger ist natürlich am Anfang des Spiels interessant. Aber ich glaube, ich setze... Ich lege jetzt Betts Halbtraum ab. Auch wenn natürlich eine Karte vom Gegner von der Hand abwerfen so früh ganz geil ist. Oder Farikas Trunk abwerfen. Stärke zwei oder weniger kann ich wahrscheinlich am Anfang des Spiels relativ viel Removal. Wir brauchen beide Kreaturen, glaube ich, damit wir Kreaturen haben. Ich bin zwischen Farikas Trunk und Elspeths Halbtraum. Das ist schon nett mit Karten abwerfen. Ah, ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Alles klar. Gut. Wir haben zumindest schon mal einiges an Mana dabei. Wir haben ihn, der uns momentan auch nicht so mega viel bringt. Weil, wie gesagt, der Friedhof des Gegners noch nicht so groß ist. Wir haben Mogis Gunst. Jetzt können wir zur Not auch was mit Removalen. Plus zwei, minus eins. Und ich wollte gerade sagen, gibt uns Devotion. Ist ja jetzt egal, weil unser Devotion schon direkt ist. So, jetzt entweder ihn. Zwei, drei oder zwei, zwei. Kann nicht geblockt werden. Obwohl ihn früh rauszuhaben. Beides macht zwei Schaden. Kann weniger geblockt werden. Ich würde aber sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, unser ganzes Mana auszugeben, würde ich lieber mein ganzes Mana ausgeben. Probieren wir es mal mitnehmen. Alles klar. Also, hier können wir einen Removalen mit Stärke zwei oder weniger. Chimäre des Tagesanbruchs suboptimal, weil wir überhaupt keine Devotion zu weiß haben momentan. Aber, Mogis Gunst, plus zwei, plus eins. Plus zwei, minus eins. Können wir vier Schaden machen. Wir haben hier schon mal einen kleinen Removal. Ich glaube, ich mache das. Viel Schaden ist gut. Viel Schaden ist gut. Und es geht darum, die Lebenspunkte des Gegners auf Null zu setzen. Das ist das Ziel des Spiels. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mein Gegner hat fucking viele Karten. Du bestimmst eine Nicht-Land-Karte. Shit. Vielleicht haben wir Glück und er zieht keinen Mana. So zieht es zumindest gerade ein bisschen aus. Man weiß nicht, was er abwerfen soll. Das ist auch ein gutes Zeichen. Entweder sind beide Karten gut oder beide Karten schlecht. Man weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn der Gegner lange überlegen muss. Welche Karte er abwirft. Aber ich glaube, bei Elspid muss er auf jeden Fall was abwerfen. Jeder in der Wahl zeigt die Karten vor. Du bestimmst eine. Okay. Sehr klar. Die bieterische Auszahlung. 2-2 Erstschlag. Ist die Frage, auf wen das jetzt besser zu spielen ist. Tempel-Deep kann eher in Situationen kommen, wo sie nicht geblockt werden kann. Er hat schon 4-2. Plus 2, plus 2. Aber dann haben wir zu viel Verzauberung auf einer Kreatur. Das bietet sich zu sehr an als Removal. Deswegen würde ich es auf sie legen. Kann gerade eh nichts. Ich glaube... Ich glaube, der Arme zieht leider kein Mana. Unser Bautzi. Der Bautzi! Der Bautzi. Der zieht kein Mana, glaube ich. Der Arme. Also, es sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben Liesl. Wenn da nichts passiert... Okay. Ich glaube, er hat einfach kein Mana gezogen. Schade. Passiert den Besten. Nehmen wir natürlich gerne an an der Stelle. So, können wir irgendwie unser Deck anpassen? Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er wenig Länder hat. Also, nichts ins Deck nehmen, was Länder zerstört. Ich glaube, eigentlich nicht viel. Nicht viel. Ne, komm. Lassen wir so. Naja, gut. Okay. Aber ich glaube, der Mulligan am Anfang war ganz gut. Dass wir zwei Kreaturen... Aber da hatten wir auch zwei Kreaturen. Aber... Ja, die Aura hatten wir nicht. Naja, ich glaube, das war schon okay. Warte, ganz schön. Alles klar, Bautzi. Zeig, was du kannst, wenn du Mana hast. Okay. Also, wir haben viele Kreaturen. Drei Kreaturen. Das ist... Äh, nee, zwei Kreaturen. Das ist keine Kreaturen. Das ist eine Aura. Die zusammen, die ist halt dann... Nee, die ist nicht kostenlos. Aber die Aura ist billiger. Wir bräuchten halt nur ein einziges weißes Mana. Die Frage ist, ist es jetzt zu riskant... ...auf das weiße Mana zu warten. Es ist... Es kann einem halt das ganze Spiel kosten, wenn man ewig kein Mana zieht. Ich glaube, wir machen Mulligan, oder? Es ist zu riskant. Es ist zu riskant. Das sieht schon mal gut aus. Wir haben sie... Wir haben zwei... Wir haben drei Verzauberungskreaturen. Eine davon fliegt bestimmt auf den Friedhof. Wir haben genug Mana. Die Frage ist, nehmen wir jetzt... Ich glaube, ich tue eine Ebene weg, weil sie kostet zwei schwarze. Ich glaube, das ist eine bessere Hand. So, die Frage ist, was spielen wir zuerst? Den oder die? Die macht mehr Schaden, aber ihr Effekt läuft ins Leere. Er macht weniger Schaden, aber vergünstigt Auren. Ich glaube, aber wir spielen Aphemia als erstes. Einfach, weil sie mehr Schaden macht momentan. Wenn wir gar keine Aura haben. So, er hat... Ziehe drei Karten und opfere ihn für sieben Mana. Alles klar, das ist eher eine Late-Game-Bedrohung. Oh, hat er einen Counterspell? Hat er einen Counterspell? Mulligan bedeutet, man darf neue Karten ziehen. Noch mal neue sieben Karten ziehen. Muss dann aber eine abwerfen. Man kann das so oft machen, wie man will. Man muss halt immer nur eine Karte mehr abwerfen. Ja, er macht einen Schaden, ich mache zwei Schaden. Also keine Blocks. Das können wir gerne so fortführen. So, die Frage ist, was spiele ich jetzt? Spiele ich... Seelenschnitter? Ich würde sagen, damit blocken wir ihn auf jeden Fall. Was ist wichtiger, einen Schaden zu machen oder seinen einen Schaden zu verhindern? Ich glaube, es ist wichtiger, zu verhindern. Und wir können mit ihm was opfern, was wir dann... Er hat keine Auren. Ich glaube, ich spiele... Ich glaube, unser Bauzizid hat Karten gezogen, äh, hat Mana gezogen. Was ist diese Wackelanimation von der Aphemia? Das heißt, dass sie fliegt. Das heißt, sie kann nur von Kreaturen geblockt werden, die selber auch fliegen oder Reichweite haben. Das heißt, diese Wackelanimation. So. Sollen wir mit beiden angreifen? Wir machen zwei Schaden, er würde nur einen Schaden machen. Ich glaube, wir greifen an. Wenn er jetzt irgendwas, irgendeinen Spaß macht und irgendwas removelt oder so, dann können wir immer noch opfern. Dann müssen wir nur daran denken, wir können hier, Opfer eine Kreatur, haben wir immer noch die Möglichkeit. Aber ist nicht nötig, wir machen vier Schaden. Und ich spiele. Ja. Leider ist unser Friedhof leer. Er müsste... Jetzt bräuchten wir unsere Schlangendame. Auf die Hand... Eine Kreatur oder eine Verzauberung auf die Hand ihres Besitzers zurück. Alles klar. Minus drei, minus drei. Okay, jetzt haben wir... Ah, shit, jetzt haben wir zwar eine Verzauberung im Friedhof, aber unser Aphemia ist weg. Alles klar, alles halb so wild. Ich glaube, es läuft noch ganz gut. So, wir haben jetzt fünf Mana. Das heißt, wir könnten entweder die beiden spielen oder die. Was ist besser? Was ist besser? Was ist besser? Die machen zusammen drei Schaden. Sie macht vier Schaden. Dafür am Boden. Ein Schaden sicher. Wohl Tempeldiebs. Auch eine Verzauberungskreatur. Sie könnte auch nicht geblockt werden von der Verzauberungskreatur. Vielleicht sind zwei kleine Kreaturen besser. Weil er wahrscheinlich so Removal Spaß hat. Und es macht Auren billiger. Ich glaube, ich spiele die beiden. Aber das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Und wenn wir mehrere kleine Kreaturen haben, haben wir auch mehr Ziele für unsere Opfern. Vielleicht ist das auch noch ein Punkt. Bedrohlich. Schaut sich ein Gegner deiner Wahl die obersten drei Karten deiner Bibliothek an und teilt sie in einen verdeckten und einen aufgedeckten Haufen auf. Nimm die Karten des einen Haufens auf deine Hand und lege die anderen auf deinen Friedhof. Ach du Scheiße. Ziehe Karten, um sie zwischen Haufen zu bewegen. Der oberste Haufen zeigt nach unten. Also ist verdeckt. Oder sehe ich das richtig? Ah okay, zeigt nach unten. Das ist ja ein Spiel für sich. Diese Karte. Jesus. Er hat kein Mana gerade. So, wir haben gebieterische Ausstrahlung. Das ist keine Verzauberungskreatur. Das heißt, könnte sie blocken. Aber es sind beide keine Flieger. Das heißt, niemand kann meinen Flieger blocken. 2-2 Erstschlag. Und die Aura ist auch noch billiger. Wie viel Mana haben wir denn insgesamt? Sechs Mana kostet das. Wir können sogar beides spielen. Das ist natürlich ziemlich cool. Wir überlegen nur, ob das jetzt so eine gute Idee ist auf dem Boden. Ich glaube aber ja. Eigentlich ist das schon eine gute Idee. Und jetzt müssen wir nur gucken, mit wem wir alles angreifen. Also mit dem Vogel auf jeden Fall. Ich will, glaube ich, mit ihr auch angreifen. Bei einem von... Ich glaube, ich greife mit allen an. Ja, aber er hat Elsbeths Albtraum. Das heißt, der wird eh gleich sterben. Oh, das war ein... Stärke... Nee, Stärke 2. Nicht Mana kosten 2. Stärke 2. Okay. Na gut, die hätten alle mehr als Stärke 2, wenn sie mir die auch halten. Ich glaube, ich greife mit allen an. In diesem Spiel geht es darum, die gegnerischen Lebenspunkte auf 0 zu reduzieren. Und das mache ich. So, sollen wir ihn jetzt opfern? Ja oder nein? Ich würde sagen, nein. Oder ich weiß es nicht. Wenn wir ihn opfern. Sie wird er wahrscheinlich gleich removen mit Elsbeths Albtraum. Nee. Ah, das war ja erst Schlagschrank. So, jetzt wird er wahrscheinlich C-removen. Ach, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Er hat nichts gegen Flieger gerade. Er hat nichts gegen Flieger. Okay, das ist wahrscheinlich mein Tempel-Dieb dann. Nächsten Zug muss ich eine... Du bestimmst davon eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Also, solange wir nur Kreaturen und Länder haben, ist alles gut. Also kann er nichts abwerfen momentan. So, 3-3 mit Todesberührung gegen 4-3 ohne Todesberührung. Wir haben nicht genug Mana für beides. Ich würde sagen, wir greifen erst mal an. So, mit dem. Okay. Krieg noch einen. So, hier legen wir was in Friedhof. Vielleicht können wir da mit Escape was rausholen. Hier haben wir einfach mehr Schaden. Todesberührung ist uns eigentlich egal. Da wir so kurz vor Liesl stehen, glaube ich, ist einfach mehr Schaden einfach besser als Neon-Dieb. Ich glaube, es ist schon ganz gut, dass wenn eine Kreatur ungeblockt ist, wir das Spiel gewonnen haben. Das ist, glaube ich, schon ein besserer Effekt als Todesberührung. Aber wenn er blockt, dann ist die eh tot. Völlig egal, Todesberührung oder nicht. Auf deiner Seite hätten wir natürlich in Friedhof irgendwas legen können, wie diese Plus-1-Plus-1-Wachsamkeitsaura oder so, die wir escapen hätten können, auf ihn legen können. Und dann hätten wir 4 Schaden auf ihm und hätten gewonnen. Och Gott, jetzt dieses Hütchenspieler-Ding wieder. Okay, was will ich ... Oh Gott, wie funktioniert das? Warte mal, ich tue die verdeckt. Damit er denkt, die ist super krass. Weil ich biete ihm an, die beiden zu nehmen oder die. Und denkt er, wow, die beiden sind schon gut. Die muss ja richtig krass sein. Also nehme ich die, aber dann ist es nur ein Sumpf. Achtung, Alter, Mindgames! 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 Mindgames hat den Sumpf genommen! Yes! Hahaha! Yes! Okay. Alter, hier oben! Ihr kriegt mich nicht! Ja, wir haben gewonnen. Nice! GG! Das war Bautzi! Freunde, wir sind ein Sieg vom Homerun entfernt. Einen Sieg! Okay, Leute. Heute ist alles möglich. Heute ist alles möglich. Okay, vier Siege. Fünf sind überhaupt nur vorgesehen. Mehr ist Menschen überhaupt nicht möglich. Okay. Das letzte Spiel. Es ist definitiv das letzte Spiel mit diesem Deck. Das letzte Spiel in diesem Draft. Die Frage ist nur, wird es ein Homerun oder wird es ein verpasster Sieg, dem wir den Rest unseres Lebens nachhecheln werden, dass wir damals, Ende Januar 2020, dieses Spiel liegen gelassen haben. Das ist wieder ein Best of Three. Also, es ist alles möglich. Wir spielen gegen Kessar. Gut. Okay. Mana ist heute nicht auf meiner Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich ein 3-1-Flieger im zweiten Zug. Nee, im dritten Zug. Aber wenn ich sie dann verliere, dann ist die Aura auch weg und dann habe ich nicht den Effekt von den Verzauberungen. Fünf Mana ist einfach zu viel, Freunde. Okay. Was legen wir hier ab? Endgültiger Tod. Remove it. Zwei Karten ablegen. Ist an sich geil. Auf Entzug vier. Aber ich weiß gar nicht, ob wir genug Mana haben, um da hinzukommen. Also, da können wir uns nicht sicher sein. Auf der anderen Seite fünf Mana. Wir haben momentan keine Verzauberungs-Synergie am Start. Das heißt, die Verzauberung hat nicht den Effekt, den es eigentlich haben soll. Wir haben hier schon einen Removal. Aber Removal sind so gut. Die darf man nicht abwerfen. Zumal wir davon nur einen im Deck haben. Grimmiger Mediziner, ähm, schreibt reiner Knallrund. Diesen grimmigen Mediziner hätte ich schon längst aus dem Deck genommen. Der bringt einfach nie was. Ich habe leider nicht die Kreaturen im Draft gehabt, um den zu ersetzen. Ehrlich gesagt stimme ich dir zu. Ich hatte auch noch nie den Effekt, dass der was gebracht hat. Rein theoretisch könnte es ein Removal sein. Gegen zum Beispiel den. Ähm. Obwohl der natürlich auch einfach so totgeblockt wird. So, die Frage ist, ob wir ihn removen sollen. Also. Äh, können wir gar nicht. Aber ich glaube, es wäre gut. Können wir die Karte eigentlich spielen, wenn wir nichts removen können? Also darf ich diese Karte ausspielen, wenn der Gegner keine Kreaturen hat, um den zweiten und dritten Effekt zu bekommen? Oder muss ich was removen hier? Ja, kann man auch so spielen. Okay. Soll ich das tun? Ne, ne? Weil ich denke, der Effekt ist ja besser, je früher es passiert, ne? Weil dann kann er die Karten nicht loswerden. Aber. Ich glaube, eine weitere Kreatur ist hier. Ist nicht sinnvoll. Aber jetzt zum Beispiel. Schau mal hier. Ich könnte zum Beispiel jetzt. Mit dem. Könnte ich den opfern. Und ihn dann removen. Greift in jedem Kampf an, falls möglich. Also der wird im nächsten Zug angreifen. Dann block ich ihn lieber mit meinem. Eins, Einser. Also keiner. So, er muss angreifen. Wird geblockt und sein Effekt ist komplett nutzlos. Ja. Stimmt. Es stimmt schon. Schmerzvolle Reue. Wirft was ab. Oh, ich hasse diese Karten. Die sind echt fies. Vor allem, wenn man Mulligan machen musste. Dann ist das halt echt bitter. Eine Nicht-Land-Karte oder eine Karte aus Sanfriede. So klar. Nimmt mir die Kreatur. Keine schlechte Idee. So, die kriegt Doppelschlag, wenn man eine Verzauberung ausspielt. Das ist eine Verzauberung. Ich würde sagen, das machen wir. Das ist doch nicht schlecht. Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht verstanden, warum da Konstellation steht. Weil es steht ja immer nochmal dabei, immer wenn eine Verzauberung unter der Kontrolle ins Spiel kommt. Das ist ja der Effekt von Konstellation. Also, wir können ihnen die Verzauberung opfern lassen. Weil wir haben alle unsere... Es ist halt die Frage, überlasse ich ihm die Auswahl, welche Karte ich abwerfe? Oder werfe ich sozusagen diese Karte ab? Weil mein Friedhof ist nicht so verrauschend. Ich glaube, ich werfe selber sozusagen diese Karte ab. Damit ich zumindest noch meine Bündnis behalten darf. Aber ganz so ideal läuft es gerade nicht, was meinen Kartenhaushalt angeht. Ehrlich gesagt. Drei Schaden, Hellsicht, eins. Okay. Gut. Soll er machen. So, jetzt bräuchten wir schön langsam mal Kreaturen werden. Ganz nett. Irgendwas Kreaturiges. Irgendwas Kreaturiges. Beschreibung ist bei den neuen Mechaniken immer dabei. Also, du meinst dann, im nächsten Set wird das dann nicht mehr dabei stehen, oder wie? Da steht ja nur noch Konstellation. Er hält Doppelschlag bis zum Ende des Tools. Oh, Hellsicht scheint ihm schwere Probleme zu machen. Von seinem Kessar. Er entscheidet sich, die Abzuhunden zu legen. Ja, wir haben keine Kreatur. Die Frage ist, soll ich das jetzt einfach blind spielen? Ey, Draft-Spiele dauern erfahrungsgemäß manchmal lange. Da muss man dann einfach das lange Spiel spielen. Okay. Stärke zwei oder weniger. Stärke zwei. Das ist minus eins. Dann ist er eine 5-2. Das hilft mir gar nichts. Ja, schade. Okay, ich brauche dringend eine Kreatur. Brauche dringend eine Kreatur. Du siehst zwei Karten. Verlierst zwei Lebenspunkte. Oh, das ist nicht. Das ist nett. Wir können leider nichts tun. Die endgültige Tod ist halt eine sehr mächtige Karte. Damit kann man jede Kreatur ins Exil schicken. Auch sein 6-6er oder was auch immer. Aber wir verlieren halt leider das Spiel, wenn der oft genug angreift. Ich glaube, ich glaube, ich bereue es, wenn ich es tue. Ich bereue es aber auch, wenn ich es nicht tue. Weil er hat halt auch Befreiung. Kann ihn zurückholen. Shit. Ja, das ist schon bitter. Warum nicht Albtraum spielen, weil er mehr als zwei Stärke hat. Damit kann ich ihn nicht removeln. Ich könnte Albtraum auch einfach so spielen, aber... Wenn ich schon mal so ein Removal auf der Hand habe, dann will ich ihn auch sinnvoll einsetzen. Aber vielleicht, es stimmt schon, vielleicht hätte ich ihn früher einsetzen müssen. Damit ich ihm gegen eine Karte von der Hand abwerfe. Ich glaube, das wird jetzt sehr, 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 sehr schwer zu gewinnen. Vielleicht, wenn wir unseren Archon kriegen und dann mit Albtraum noch einen Pegasus und dann mit Lifelink uns wieder ein bisschen hochheilen. Oder wir kriegen unsere... Hier, wie heißt sie nochmal? Diese Zombie-Erzeuger-Frau. Ja, Leute, das... Ja, jetzt ist er halt zurückgekehrt. Ich kann ihn zu einem 3-1er machen, aber das hilft mir nichts. Eigentlich nichts blocken. Vielleicht im nächsten Zukunft Schaden zu machen. Ja, Escape ist echt eine coole Sache. Gerade im Draft halt so ein bisschen wie Abenteuer auch war, wo man mehr... Mehr... Wert... Ja, das war's jetzt, glaube ich. Jetzt hat er Lifelink. Okay. Gut. Er ist ein Best-of-3. Wir können ein Spiel... Können ein Spiel lassen. Jetzt müssen wir aufholen. Jetzt müssen wir aufholen. So, er spielt schwarz-rot. Können wir hier irgendwas... Ändern? Nee, nee. Er hatte vor allem... Relativ starke Kreaturen. Aber wir haben eh alles an Removal haben wir im Deck. Wir haben leider unseren Draft so ein bisschen mit Grün und Rot vollgedödelt. Aber... Augen des Wachpostens haben wir schon einmal drin. Haben wir auch alles drin. Könnten noch einen zweiten Elspeths Albtraum nehmen. Aber da hauptsächlich... Da wir im letzten Spiel schon die Karte nicht sinnvoll einsetzen konnten, eher nicht. Wir hoffen, diesmal keinen Mulligan machen zu müssen. Das wäre natürlich ein großer Vorteil. Er hat seinen Deck auch überhaupt gar nicht angepasst. Also, er ist siegessicher. Okay, gut. Das sieht doch schon mal besser aus. Wir haben schon mal direkt vier Kreaturen und drei Mana. Perfekt. Freunde, das ist unser Spiel. Das ist unser Spiel. So, der Typ. Falls eine Kreatur stirbt und falls sie eine Aura angelegt hatte, bringt er eine Kreaturenkarte mit umgewandten Mana kostet von zwei aus seinem Friedhof die Hand. Das wird wahrscheinlich diese Karte hier sein. Ich glaube, das ist eine der wenigen Karten mit zwei oder weniger. meiner Kosten Kreaturen, die ich habe. Heißt, die spielen wir ihr als erstes aus. Und wenn sie stirbt, können wir sie vielleicht mit dem Publikumwissen zurückholen. Er ist natürlich wieder mit dabei. Sie ist dabei. Super, alle sind da. Ist doch cool. So, wir müssen mal gucken, dass wir schon früh ein bisschen Schaden machen. Mein Herz stirbt, erzeugende Ziege. Keine Verzauberungs-Kreatur. Wollen wir hier angreifen? Ja, wir müssen angreifen. Lässt er sogar durch. Warum lässt er die durch? Shit. Fucking, jetzt wird's abgetrunken. Okay, er kann nichts abwerfen. Wir haben nur Kreaturen und Länder auf der Hand. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben auch keine Aura für ihn gerade. Das heißt, ich glaube, die... ...Gorgo ist gerade am besten. Schickt den Friedhof ins Exil. Ja, das macht hier keinen Unterschied. Ja, okay. Ist natürlich nicht ideal, aber... Im Grunde auch. Wir haben zumindest zwei Sümpfe abgeworfen, die wir vielleicht brauchen. Shit. Ja, am Ende sind es die zwei Zweier, die den Damage machen. So, fünf Mana. Wir können beide spielen. Das ist doch schon mal gut. Am Ende gewinnt einfach der, der mehr Kreaturen hat. So ist es einfach echt manchmal im Draft. Komisch, dass ich noch kein einziges Mal diesen Opfereffekt eingesetzt habe. Beim letzten Mal habe ich den so oft und gerne eingesetzt. Okay, jetzt kommt Rot. Jetzt kommt ein Removaling. Alles klar. Okay, gut. Okay, ich glaube, noch haben wir die Initiative. 2-2 Erstschlag. Ja, ich meine... Er lässt den halt nicht durch, ne? Aber ist auch nicht schlimm. Dann lässt er die beiden anderen durch und wir haben vier Schaden. Ich glaube, es ist besser auf die Kreatur, weil wenn... Die wird jetzt wahrscheinlich sterben, aber vielleicht hat er danach eine Verzauberungskreatur, die nicht geblockt werden kann. Und dann machen wir auf jeden Fall guten Schaden mit der. Wir kriegen unseren 1-1 Link. Was? Okay, da hat er sich jetzt ein bisschen vertan, glaube ich. Da hat er die falsche Kreatur geblockt gerade. Okay, Ziege gegen Soldat. Oh, er hat immer so viele Karten auf der Hand. Er hat immer so viele Karten auf der Hand. Wir haben das bessere Board, aber er hat immer so viele Karten auf der Hand. Ich kann das immer nicht mit ansehen. Da weiß ich, da kommt jetzt irgendein Crap. Am Ende kommt der Flöter. Ulrich Flöter. Na gut. Ich meine, es ist jetzt natürlich sehr viel in einem Korb auf sie. Aber allein einmal vier Lebenspunkte zu bekommen und er muss zwei Karten abwerfen, ist auch einfach vier Mana wert. Unabhängig davon, wie lange die bleibt. Ich meine, es ist jetzt halt ein All-In, aber er hat gerade keinen Mana. Und es ist der eine Zug, ist vielleicht gerechtfertigt. Zwei Karten abwerfen, ist gnadenlos bei drei. Hm, wir greifen mit. Kriegen vier Lebenspunkte so oder so. Jetzt wird der Evangelist halt auch stark, weil wenn sie jetzt stirbt, kriegen wir, dann kriegen wir sogar zwei Kreaturen zurück. Oh Gott, das wäre stark. Oh nein, fuck. Shit. Ich hätte den... Oh, das war zu gierig. Ich hätte vielleicht erst den Evangelisten ausspielen müssen. Okay, jetzt alles gut. Alles gut. Wir könnten die... Wir könnten die Ziege removen, aber das ist mega Nonsens. Shit. Scheiße. Ich meine, wenn wir mit dem Evangelisten angreifen und sie blockt, dann können wir sie mit Mogis Gunst töten. Und dann gewinnen wir halt mit unserem einen menschlichen Soldaten. Ist das komplett bescheuert oder ist das, was man jetzt machen muss? Ich glaube, das ist das, was ich jetzt machen muss. Am Ende ist es der 1-1-Ling. Nein! Nein! Fuck! Shit. Okay, fuck. Die kriegen wir nicht weg. Nein, die kriegen wir nicht kaputt. Und er kann die auch dann wieder escapen. Oh, er hat so einen dicken Friedhof. Oh nein. Ich meine, er kann nicht blocken. Das heißt, ich habe in vier Zügen gewonnen. Warum geist du nicht an? Weil ich übersehen habe, dass er nicht blocken kann. Okay, Freunde, jetzt glaube ich, sieht das ganz anders aus. Jetzt sieht das ganz anders aus. Lest die Karten. Vielen Dank für den Tipp. Aber manchmal vergesse ich auch einfach, dass Karten Fähigkeiten haben. Es sind einfach eine Menge Karten und es ist schwer, sich alle zu merken. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Er kriegt, äh, also wenn, wenn das jetzt sein Line-Up ist und er hatte vorhin schon Schwierigkeiten mit Fliegern. Femi ist auf jeden Fall super. Da kriegen wir jetzt immer einen Zombie. Okay, sehr gut. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Oh shit. Oh fuck. GG, yes, 1-1. Okay, verdammt nochmal, den hole ich mir. Ich hole mir den Homerun. Okay. Definitiv letztes Spiel. 1-1. Leider einen Card-Draw verpasst. Ja, klar. Kann sein. Aber ich glaube, es lief ganz okay. Vielleicht kannst du einfach, wenn du sowas schreibst, gerne immer dazuschreiben, genau was und wo. Wenn du einfach nur schreibst, Fehler gemacht, Card-Draw verpasst, hilft mir das nichts. Wenn du kurz dazuschreibst, wie und was ich besser machen kann, dann hilft mir das mehr. Wäre super, danke dir. Aber ansonsten, ja, gehören Fehler auch dazu. Alles klar. Okay, diesmal muss er sich anpassen hier ein bisschen. Diesmal muss er sich ein bisschen anpassen. Nicht mehr ganz so leicht, Kessar, oder was? Okay, jetzt kommt bitte nur kein schlechter Draw. Bitte kein Mulligan einfach. Come on. Come on. Einfach eine gute Hand. 2-4 Mana unterschiedlicher Farbe. Ein paar Kreaturen. Sowas in der Richtung. Ah, jetzt nimmt er sich Zeit, ne? Jetzt hat er schon ein bisschen Angst bekommen hier. Erstes Spiel, zack, einfach kein Problem, nehm ich mein Deck. Und jetzt aber, oh, 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 der hat da schon ein paar Späße dabei. Einmal unseren Archon bräuchten wir auch. Du hättest ganz am Anfang den 3-1er durchlassen können und im nächsten Zug deinen Mediziner opfern. Der hätte den 1-1er auf seine Kreatur gemacht, du hättest eine Karte gezogen. Stimmt, guter Punkt. Hätte ich zwar dann auch drei Schaden bekommen, aber Karte 10 ist besser als drei Schaden. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist natürlich verlockend, wenn du einen 3-1er angreifst und du hast einen 1-1er. Aber stimmt. Okay, letztes Spiel, Freunde. Bitte gib mir eine vernünftige Hand. Gib mir bitte eine vernünftige Hand. Bitte. Ah, okay, okay. Nicht schlecht. Super krasse Karte. Können direkt was ausspielen im zweiten Zug. Removal. Removal. Verliert Karten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Mana ziehen, kann das ein gutes Spiel werden. Ah, da hat er den Mediziner. Nutzlos. So, der ist natürlich super krass. Ähm, super viel Lifelink, super viel Flieger und super guter Vorteil auf dem Board. Dafür macht er jetzt schon mal ganz gut Stress. Aber auch nicht schlecht, ne? Weil jetzt kann er mit dem Mediziner angreifen und mein Tempel-Dieb ist in Gefahr. Kann hier eigentlich nichts blocken, oder? Ja, ihn kann ich nicht blocken. Aber ansonsten kriege ich halt jede Runde zwei Schaden. Ich muss den blocken. Ich kriege jede Runde zwei Schaden, die nächsten Runde. Ich kriege die nächste Kreatur in vier Zügen. Ich kriege jede Runde zwei Schaden. Ich kriege jetzt mindestens zwei Züge lang zwei Schaden. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann nicht blocken. Kann nicht blocken. Und vor allem dadurch, dass wir ihn nicht in den Friedhof schicken, kann er nicht befreit werden. Wir können, falls wir irgendwann mal drei Mana rumliegen lassen haben, ihn auch exilieren. Dann kommt er auch nicht mehr zurück. Jetzt bitte ein Mana. Yes! Ich meine, er hat jetzt zwar ziemlich viele Removal-Zeug. Aber vielleicht ist das... Okay, das ist natürlich blöd, dass mir das jetzt nach dem Angriff einfällt. Aber vielleicht ist das besser. Zwei Karten abwerfen. Wer ihn denn nur drei in der Hand hat. Ich glaube, das ist es. Ist jetzt mal blöd. Ich weiß, dass ich zwei Lifelinks verpasst habe. Müsst ihr nicht schreiben. Weiß ich. Weil ich zu früh angegriffen habe. Aber... Okay, das ist katastrophal. Aber gut. Der muss halt einfach Einzug überleben, ey. Dann kriegen wir damit einen Pegasus, damit einen Pegasus. Und er hat jetzt schon einen dicken Removal entfernt. Ich hoffe, der überlebt, ey. Ich hoffe, der überlebt. Bestimme Blocker. Ja, das ist eine Falle wahrscheinlich, ne? Oder? Also... Er hat wahrscheinlich irgendwas, was zwei Schaden macht. Und dann eins. Und dann minus eins. Und dann zwei Schaden. Eieiei, jetzt wird's hier schon ein bisschen haarig, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir kriegen gleich Lifelink. Wir kriegen gleich Leben zurück. Alles gut. Er hat nichts gegen Flieger. Er hat nichts gegen Flieger. Okay. Wow. Okay, nice. Nice, 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 nice. So. Zerstöre mit Stärke zwei oder weniger. Das muss der Flöter sein. Da sind wir uns einig. Oder halt einmal den Mediziner wegkicken. Scheiße, der hat das Mana falsch genommen. Der hat das Mana falsch genommen. Ach, fuck you. Oh, sorry, Leute. Es tut mir leid. Ist das ein Fehler? Ich weiß, es ist ein dicker Fehler. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass er das jetzt das Mana nimmt, sodass ich nur noch schwarz übrig hab. Es tut mir leid, Leute. Scheiße. Fuck. Ich achte auf sowas nicht. Aber ist ja klar, ich hab auch einen. Fuck. Okay, naja. Also der hat Lebensverknüpfung. Der muss eigentlich weg. Sonst heilt er sich zu hoch. So kann ich ihn tot blocken. Minus eins. Was? Sieg! Da ist er doch! Okay. Nice. GG. Sieg oder diskedenkt. Okay, krass. Aber der Archon ist schon wirklich hart. Also das ist schon ein Punkt. Und ich glaube, mein Gegner hatte einfach nichts gegen Flieger in seinem gesamten Deck. Einfach nichts. Und wenn ich jede Runde Lifelink-Schaden reinkriege. Aber okay. Nice. Freund, wir haben es geschafft. Das ist der Home Run. Mann, das sind die sechs Siebel im Best-of-Three-Draft. Leute, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das einmal schaffen. Sechs Siegelfreunde. Wir kriegen 2000 Edelsteine und sechs Booster-Packungen. Herr damit. Herr damit. Jam, 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 jam. Herr damit. Und nur eine Niederlage. Wir haben fast die goldene Gans geholt. Das nennt man Magic Freaks, nennen das, wenn man nicht verliert. Und ein Home Run ohne einmal zu verlieren ist die goldene Gans. Okay, wir können einiges an Booster-Packs aufmachen, Freunde. Ich würde sagen, wir machen ein kleines bisschen Werbung. Und dann suhlen wir uns in unseren Trophäen. Bis gleich. Yes! Herzlich willkommen zurück. Falls ihr gerade erst einschaltet, tut ihr mir sehr, sehr leid. Denn ihr habt gerade einen der Highlight-Momente verpasst, der dieses Format jemals hervorgebracht hat. Ein Home Run. Sechs zu eins im Best-of-Three-Theros-Draft. Es hat sich über zwei Sendungen hingezogen, aber wir haben ihn beendet heute, gerade eben. Und wir haben einiges an Preisen bekommen. Wir haben eine Menge Booster-Packs bekommen, die wir jetzt natürlich freudenerfüllt aufreißen werden. Erst mal ein altes Booster-Pack gehen. Und Ravnica ist mit dabei. Sehr schön. Oh, da haben wir sogar ein paar neue Karten. Ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Mit einberufen. Hier diese urtümlichen, altertümlichen Fähigkeiten. Einberufen. Jede Kreatur, die du tappst, während du diesem Mana-Zauberspruch wirkst, zahlt für ein oder mehr Mana der Farbe dieser Kreatur. Okay. Brunst des Rudels, alles klar. Einige tolle Karten dabei. Und der verehrte Loxodon, einberufen. Im Spiel kommt dir gerne eine 1-1-Marke auf, wie die Kreatur, die es einberufen hat. Das ist eine super Karte. Gerade wenn man ganz viele so 1-1-Kreaturen-Spielsteine hat oder so, die kann man alle tappen. Dann wird der super billig. Und die kriegen alle plus 1, plus 1. Super gut. Ist auf jeden Fall eine tolle Karte. Braucht jeder. Alles klar. Wir haben sieben Theros-Packs. Da sollte auf jeden Fall was Cooles dabei sein. So. Die haben wir alle schon. Hier die Verzauberung Doppelschlag. Gabel der Stärke plus 3, plus 3 Reichweite. Dicke Schildkröte. Oben eine Tote. Und ey, der Käfer. Ich liebe diesen Käfer. Irgendwann baue ich ein Deck rund um diesen Käfer mit Lovestruck-Biest und diesem Elysien-Typ, der mehr Mana generiert, wenn man 4-4er hat und dann einfach nur mit Kreaturen die Stärke 4 haben. Nur Stärke 4. Ich glaube, Lovestruck-Biest hat 5. Aber nur 4 und 5. 5 Trampelschaden. Alle anderen haben Trampelschaden. Und oh, der Ochse von Argonas. Wenn er ins Spiel kommt, wirf alle Karten aus seiner Hub und ziehe dann 3 Karten. Befreiung für nur 2 Mana. Schicke 8 andere Karten ins Exil. Also eher eine Late-Game-Karte, würde ich sagen. Der Ochse befreit sich mit einer 1-1 auf ihm. 4-2. Man zieht 3 Karten. Also wenn man es natürlich als letzte Karte spielt, mega gut. Aber mein 5 Mana 4-2 ist nicht so super krass, glaube ich. Aber Befreiung für nur 2 Mana ist natürlich cool. Weil der wirklich oft wiederkommen kann, wenn man es schafft, genug Karten in den Friedhof zu legen. Also coole Karte. Falls wir nochmal irgendwie Rot-Agro oder Rot-Ich-Baller-Dir-ins-Gesicht machen, ist sie auf jeden Fall dabei. Sehr cool. Freut mich. So, hier haben wir nochmal Silberne Wildcard. Super dabei. Hab hier, kennen wir auch alle schon. Hingabe. Eine Kreatur-Denerval erhält plus x plus 0. Wobei x die Hingabe zu grün ist. Das ist schon auch cool. Den haben wir auch gerade gesehen. Erhält eine Kreatur-Denerval, die du kontrollierst plus 1 und Unzerstörbarkeit. Aber nur einen Zug lang. Schlaf der Toten, klar. Standard, achtlose Zelebrantin. Die finde ich eigentlich auch ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn sie stirbt, fügt sie einer Kreatur oder einem Planeswalker 2 oder, die ein Gegner kontrolliert, 2 Schadenspunkte zu. 2 Mana 2 1, die man eigentlich nicht töten will. Die ist schon ganz cool. Vielleicht bauen wir mal ein schönes rotes Deck. Ich hab ja auch schon diesen roten Gott. Vielleicht kriegen wir da was. Oh, und das Labyrinth ist natürlich auch cool. Entferne eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl aus dem Kampf. Superfiese Kontrollkarte. Und als Land natürlich immer gut verfügbar. Für alle Glossvorwandersmann. So, der ist auch gut. Ich glaub, ich mach ein komplettes Nessie-Deck. Weil der Beetle hat ja auch Nessie. Nessie-Beatle. Und dieser Mana-Typ hat auch, glaub ich, auch Nessie. Ich glaub, wir machen irgendwann mal ein Nessie-Deck. Wo alle Karten drin sind, die Nessisch im Namen haben. Heliots eingreifen. Bestimme ein, zerstöre x Artefakte. Und oder Verzauberungen deiner Wahl. Ein Spiel deiner Wahl erhält maximal, erhält zweimal x Lebenspunkte. Also, ich zahl 5 Mana und krieg 6 Lebenspunkte. Oder ich zahl 6 Mana und krieg 8 Lebenspunkte. Naja, okay. Naja, okay. Oder ich zahl 4 Mana und zerstöre 1 Artefakt und eine Vertauberung. Ja, ja, ja. Ich will diesen Schattenschwer. Diesen Schattenspeer haben. Der ist ziemlich cool. Schroffe Zurückweisung. Kennen wir auch schon alles. Oh, und Tassa. Alter, die ist ja so krass. Solange, erst mal, zu Beginn deines Endsegments schickst du bis zu einer anderen Kreatur in der Wahl, die du kontrollierst, ins Exil und bringst sie dann wieder zurück. Das heißt, du kannst in jeder Runde kostenlos einen Kommt-ins-Spiele-Effekt auslösen. Was ja ultra krass sein kann bei manchen Karten. Zum Beispiel der, ähm, hier dieser Secret-Agent-Typ, der eine andere Kreatur übernehmen kann, wenn er ins Spiel kommt. Das heißt, mit Tassa und diesem Secret-Agent-Typ kannst du in jeder Runde eine gegnerische Kreatur übernehmen. Jede fucking Runde. Und für vier Maler-Tapper eine andere Kreatur in der Wahl ist auch ganz nett. Aber das ist schon krass. Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob ich jemals, äh, Agent des Verrats, genau, Agent of Treachery. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so ein Deck jemals bauen werde, weil Blau nicht so mein Ding ist. Aber wenn, dann wird das, glaube ich, ziemlich stümperhaft. Um ganz ehrlich zu sein, weil Blau ist mir ein bisschen zu kompliziert. Okay, unvermeidliches Ende. Ich habe unvermeidliche Ehe gelesen direkt, weil ich dieses Bild gesehen habe und er so, ich erkläre euch Mann und Frau und er, nein, unvermeidliche Ehe. Verzauberte eine Kreatur. Verzauberte Kreatur hat, zu Beginn deines Versorgungssegments opferst du eine Kreatur. Moment, ich verzauberte eine Kreatur und diese Kreatur sorgt dann dafür, dass ich in jeder Runde eine Kreatur opfere. Opfert bedeutet, die, die ich kontrolliere. Ich meine, wenn man natürlich gute Synergieeffekte mit Opfern hat, cool. Ja, schwarz habe ich auch noch nicht so viel mit experimentiert. Und die Grabstände Lamia kennen wir auch schon mittlerweile. Lege ins Spiel, kommt durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, lege sie auf deinen Friedhof. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte, lege sie auf deinen Friedhof und mische dann deine Bibliothek. Also natürlich cool für Escape-Karten. Ich glaube, ich spreche, wie du aus deinem Friedhof wirkskosten beim Wirken einst. Du kannst dir eine spezifische Escape-Karte suchen und die in den Friedhof legen, damit du sie ausspielen kannst. Coole Idee natürlich. Begräbnisritual. Zwei Karten, verließ zwei Lebenspunkte. Lege die obersten zwei Karten in der Bibliothek auf deinen Friedhof. Ah, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, meine absolute Lieblingskarte. Absolute Lieblingskarte. Ich liebe diese Karte. Ich finde die so cool, weil sie einfach so vielseitig ist. Man kann damit Kreaturen für Removal bewahren. Man kann damit Kreaturen im Kampf retten, wenn sie sterben würden. Man kann damit, kommt in Spieleffekte nochmal auslösen. Ich mag diese Karte einfach. Ich mag diese kleinen, super vielseitigen Karten. Fallen mir richtig gut. So, die haben wir jetzt auch schon zu genügend gesehen. Eins mit den Sternen. Verzaubert eine Kreatur. Oder eine Verzauberung. Also, woran merkt man, dass Theros das Verzauberungsset ist? Man kann Verzauberungen verzaubern. Ich glaube, da haben wir es schwarz auf weiß. Die verzauberte bleibende Karte ist eine Verzauberung und verliert alle anderen Kartentypen. Also, Moment. Ich verzauber eine Verzauberung und dann ist die verzauberte Karte eine Verzauberung. Das ist schon mal gut. Und verliert alle anderen Kartentypen. Also, wenn ich jetzt diese hier verzaubere, dann ist es keine Kreatur mehr, sondern nur noch eine Verzauberung und eine Chimäre. Ganz check ich die Karte nicht. Ich glaube, was da so ein Gag dabei ist, dass man legendäre Verzauberungen zu normalen Verzauberungen machen kann. Und dann mehrere davon spielen kann. Oder natürlich gegnerische Kreaturen zu Verzauberungen machen. Dann können sie nicht mehr angreifen. Verzauberungen können nicht angreifen. Legendär bleibt. Moment, aber hier steht doch, verliert alle anderen Kartentypen. Die verzauberte, bleibte Karte ist eine Verzauberung und verliert alle anderen Kartentypen. Aber okay, aber legendär bleibt anscheinend. Gut. Dann ist sie natürlich dafür gedacht, einfach gegnerische Kreaturen zu Verzauberungen zu machen. Aber warum sollte man damit eine Verzauberung verzaubern? Legendär ist ein super Typ. Alles klar. Warum sollte man damit Verzauberungen verzaubern? Verstehe ich nicht ganz. Jeder Spieler, der nicht blau spielt, kann man damit eine Aura zerstören. Ah, du spielst es auf eine Verzauberung. Aura, sie ist keine Aura mehr, kann somit nicht an die Kreatur angebunden werden, wird also zerstört. Clever. Clever. Götter können dann keine Kreaturen mehr werden. Ah, ja, stimmt. Diese Götter, die nur ab einer gewissen Hingabe zu einer Kreatur werden. Aber Moment mal, wenn du den Gott damit verzauberst und dann hat der Gott, wenn du fünf Hingabe hast, wird er zu einer Kreatur. Dann overruled es doch eigentlich den Effekt, oder? Weil der neuere Effekt übertrumpft ja den alten Effekt eigentlich. Gut, damit kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus mit den Details der Magic-Regeln. Aber okay. Nichts zerstört, sie liegt dann halt nutzlos auf dem Feld rum. Ah, die Aura wird dann einfach zu einer normalen Verzauberung, die dann nie wieder angelegt werden kann sozusagen und dann einfach nutzlos ist. Ähm, okay. Gut. Nutzlos nicht ihre Verzauberungseigenschaft bleibt. Ja, richtig. Aber wenn man sie nicht an eine Kreatur anlegen kann, aber es stimmt schon. Okay, gut. Also, verrückte Karte. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare auf YouTube oder so schreiben, falls ihr euch gut auskennt, was coole Effekte sind, die mit dieser Karte fügbar sind. Weil für vier Mana einfach nur eine Kreatur nicht mehr angreifen zu lassen, ist ein bisschen teuer. Also, da muss schon irgendwas Cooleres dahinter sein. Natürlich vielseitiger. Ähm, aber gut. Coole Karte auf jeden Fall. Interessant. Macht... Und der Archon mega gut, natürlich. Super krasse Karte. Erzeugt immer weitere Pegasi. Oder Pegasoi. Die, ähm, alle Live-Link haben. Cool. Okay, Wolfsweide-Zuflucht. Verzaubert ein Land. Opfere die Zuflucht. Kriegst ein 2-2-Wolf. Ganz check ich die Karte ehrlich gesagt nicht. Du zahlst zwei Mana dafür, dass du... ein weiteres Mana kriegst. Und dann musst du fünf, respektive insgesamt sieben Mana zahlen. für einen Wolf. Und du kannst es nicht mal als Aufblitzen spielen. Ganz check ich's nicht, ehrlich gesagt. Irgendwas überseh ich hier, glaub ich. Aber man muss nur die Aura opfern. Man muss nicht das Land opfern. Es geht hauptsächlich um den ersten Effekt, schreibt der Chat. Immer wenn das verzauberte Land für Mana getappt wird, erzeugt ein... Okay. Das ist dann wahrscheinlich nur so wie bei diesen Special-Ländern so ein netter Bonus. Okay, von mir aus. Ähm, vom Wandersmann hatten wir alles schon. Held des Rudels haben wir auch. Was haben wir hier? Ah, den Tricks. Aufblitzen fliegend. 4-5 für fünf Mana. Zaubersprüche mit umgewandelt. Mana kosten von fünf oder mehr, die du wirkst. Kosten eins weniger und können nicht neutralisiert werden. Cool. Gerade bei den teuren ist es natürlich ärgerlich, wenn sie neutralisiert werden. Deswegen gut. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt Zauber besitze, die fünf oder mehr Mana kosten. Okay. Alles klar. Gut. Ich würd sagen, wir starten noch mal in ein Sealed rein. Weil momentan ist das Set noch neu. Das heißt, es gibt Sealed. Und, ähm, ich glaub, Sealed ist die beste Möglichkeit, effektiv Karten zu bekommen. Deswegen steigen wir mal rein. Sieben Siege sind möglich. Ich will nichts versprechen. Nee. Ich lass mich jetzt nicht hier zu irgendwelchen überstürzten Aussagen, äh, hinleiten, die ich am Ende wieder zurückziehe. Ähm, Sealed bedeutet, wir kriegen eine ganze Menge Karten. Und, äh, Plural von Pegasus. Pegasus. Ja, die Frage ist, ob es lateinisch oder griechisch ist. Wenn Pegasus lateinisch ist, dann Pegasi. Und ich glaube, griechischer Plural ist, ist Eu. Pegasoi. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, Freunde. Es ist alles richtig. Es ist alles richtig. Okay. Alles klar. Sealed geöffnet. Wir haben einmal die Traumfischerin. Äh, Blau-Weiß. Super krass. Fliegen Lebensverknüpfung. Sehr, sehr schwer zu removen, weil sie sich selber, äh, Fluchssicherheit geben kann. Super cool. Glaub ich, das würde es rechtfertigen, da ein, dass die nicht mal mythic ist, ne? Das ist, glaub ich, so anerkannterweise eine der besten Karten des Sets. Und die ist noch nicht mal mythic. Ähm, Nessischer Eber ist am Start. Zehn, sechs. Alle Kreaturen, die den Eber blocken können, tun dies. Also wird immer von allen gegnerischen Kreaturen geblockt. Außer sie können nicht blocken. Immer wenn der Eber von einer Kreatur geblockt wird, zieht ihr Beherrscher eine Karte. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Akroischer Krieg. Übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl, solange der akroische Krieg im Spiel bleibt. Also für drei Runden. Bist du deinem nächsten zugreifenden Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, in jedem Kampf an. Denn jede getappte Kreatur fügt sich selbst Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Also erst übernimmst du was, dann kämpfen alle gegeneinander und dann fügt sich jeder selber Schaden zu. Ziemlich krass. Ähm. Kriegt Zombies. Du sagst, falls du eine bleibende Karte für Mana-Tabst, erzeuge sie stattdessen das Dreifache dieses Manas. Alter, das ist so absurd. Ich hab da gegen so ein Deck gespielt, dass das gesamte Spiel nur Mana gespielt hat und den Typen. Und ich dachte mir, wo will der hin, wo will der hin, das Spiel ist gleich vorbei, du hast nur noch vier Lebenspunkte. Und dann spielt er dieses X irgendwas, füge deinem Gegner X Schadenspunkte zu. Und er hat irgendwie 60 Mana oder so aktiviert und dann 60 Schaden gemacht. Und einfach, ich glaube, er hatte sogar mehrere davon auf dem Feld. Also das war hart. Okay, cool natürlich, weiß-blau, aber alle anderen Karten sind weder weiß noch blau. Also was die Kartenmenge angeht, würde sich grün-rot eigentlich eher opfern. Was haben wir hier eigentlich? Nichtlandkarten in deinem Friedhof haben Befreiung. Alle kriegen Befreiung außer nicht aus der Länder. Die Befreiungskosten sind gleich den Mana-Kosten der Karte plus schicke drei andere Karten aus deinem Friedhof in 6.7. Zu Beginn des Endsegments opferst du die Bresche in die Unterwelt. Also in einem Zug darf man ganz viele Karten aus dem Friedhof spielen. Das sind gleich der Mana-Kosten der Karte. Wir gucken mal, was wir sonst noch so haben. So. Daxos ist am Start. Existenzaberkennen ist super. Die ist auch super. Oben der Sonne ist auch gut. Sonnenmehen-Pegasus ist auch gut. Chimäre des Tagesanbruchs ist richtig gut. Ich weiß nicht, ob wir mit Weiß was hinkriegen, ehrlich gesagt. Aber wir haben zumindest Weiß-Remover. Das ist stark. Blau. Was haben wir bei Blau? Die ist crap. Die ist okay. Nee. Die verstehe ich überhaupt nicht. Okay, auch ein Removal ist auch gut. Neutralisiere einen Kreaturen- oder Verzauberungszauber deiner Wahl. Falls der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert würde, schick ihn ins Exil, anstatt ihn auf den Friedhof seines Besitzers zu legen. Solange es nicht dein Zug ist, kosten Zaubersprüche, die du wirkst, eins weniger. Streben nach Sinn. Zieh drei Karten, wirft dann zwei Karten ab. Bis dahin, du hast eine Verzauberungskarte. Auch die ist auch gut. Wir haben nur leider kaum blaue Kreaturen. Wir haben nicht genug Kreaturen, leider. Wir haben nicht genug Kreaturen. Den haben wir. Zu Beginn eines Versorgungssimmens bringst du bis zu einer anderen Verzauberung deiner Wahl, die du kontrierst, auf die Hand zurück. Was natürlich cool ist, weil wir dann zum Beispiel unser Omen nochmal ausspielen können oder das nochmal ausspielen können, wenn wir ein besseres Ziel gefunden haben oder so. Konstellation, wenn eine Verzauberung deiner Kontrollen spielt, erhalten der Tritonier Wellenreiter Flugfähigkeiten. Wir haben leider in blau-weiß nicht genug Kreaturen, befürchte ich. Und wir haben die Lyra. Also wir machen mal testweise. Wir tun mal einfach testweise sämtliche Kreaturen, die wir in blau und weiß haben, ins Deck und gucken mal, wie viele das sind. Außer den Fisch. Dann schauen wir einfach mal, ob das genug Kreaturen sind. Zwölf Kreaturen. Ich glaube, zwölf Kreaturen reichen nicht. Ah, den haben wir noch. Den haben wir noch. Moment, jetzt habe ich wirklich. 14 Kreaturen. 14 Kreaturen könnten schon reichen. Hälsicht. Der Fisch ist okay, sagt der Chat. Wenn du den ersten Zauberspruch im Zug eines Gegners wirkst, kannst du eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, tappen oder enttappen? Ja, schon okay. Das ist jetzt halt sehr teuer, aber auf der anderen Seite. 15 Kreaturen ist, glaube ich, gerade wenn man blau dabei hat, schon im Rahmen. Haben wir denn irgendwelche super guten roten oder grünen? Das würde sagen, es lohnt sich jetzt auf rot-grün, um zu switchen. Immer wenn du deinen ersten Zauberspruch im Zug eines Gegners wirkst, fügt die schärmische Schimäre jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Hälsicht 1. Du kannst bestimmen. Diese Lyra müssen wir uns jetzt einmal durchlesen. Du kannst bestimmen, die berauschende Lyra während deines Etapp-Segments nicht zu enttappen. So. Zahl dir X Mana und tappe sie. Tappe eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke X oder weniger. Sie enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers, solange die berauschende Lyra getappt ist. Also. Wir können ... Das ist sozusagen ein Removal, wo wir das Ziel ändern können. Wenn wir möchten. Wir müssen dafür genauso viel zahlen, wie die Stärke des Gegners. Die Frage ist, spielen wir Rot-Grün oder spielen wir Blau-Weiß? Bei Blau-Weiß haben wir ganz gutes Removal am Start. Bei Grün ... Naja, wir haben mit der Lyra eigentlich ein bisschen neutrales Removal eigentlich. Ja, Grün haben wir ziemlich viele Kreaturen. Ja, geht so. Rot. Ich glaube, wir probieren es in Blau-Weiß. Mana-Fixing sieht bescheiden aus, das stimmt. Weil jetzt Leute gesagt haben, ich soll Rot noch mit als dritte Farbe reinnehmen. Aber ich weiß nicht, was würde man da denn so gut reinnehmen? A Grown War ist natürlich gut. Der Eber ist auch cool, aber der ... Ach nee, der Eber ist grün. Nee. Aber der rote Eber, das war die Mythic, die wir gerade gezogen haben. Die hat damit gar nichts zu tun. Ich würde sagen, wir probieren es. Wir probieren, wir machen ein ... Wir versuchen ein Spontanzauber-Deck. Probiere ich mal. Weil wir haben ziemlich viele Sachen mit Spontanzauber. Wir haben diesen Fisch ... ... dabei. Ähm ... Wir haben ... ... äh ... Warte mal, wer war denn ... Ähm ... Wer war denn der andere mit dem ... War denn der andere, der diese Synergie mit dem ... ... mit den Spontanzaubern hatte? Okay. Wir probieren es mit grün-weiß. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, jetzt müssen wir schauen. Äh ... Verzaubert eine Kreatur oder eine Verzauberung. Sollen wir die mit reinnehmen? Neutralisierer ein Zauberspruch der Nawal, hält sich zwei. Was haben wir denn überhaupt noch an Weißen? Ich hätte in der Wahrheit zwei, zwei bis zum Ende des Zuges. Ja, nehmen wir rein. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Wir haben relativ wenig Billiges. Minus vier, minus null. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Neutralisierungszauber sind wir eigentlich kein Fan von. Ähm ... Aufblitzen, Verteidiger. Vielleicht schaffen wir es ohne. Wir haben halt ... Eigentlich haben wir nur eine Bomb, ne? Wir haben nur ... Die Traumfischerinnen. Ja, eigentlich haben wir nur die drei Flieger so als ... ... als vielleicht Spiel gewinnt. Mehr nicht. Lyrer würde ich mit reinnehmen. Schwingende Hybris. Glaube ich brauchen wir nicht. Ach, das war das, ne? Aber da haben wir auch immer auch Rot dafür. Hm ... Hm, 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 hm. Ich meine, blau ... Blau-Weiß bietet uns halt viele Removal-Möglichkeiten, die wir mit Grün-Rot halt gar nicht haben. Wir haben nur einen Zerstörer, eine fliegende Kreatur. Klar, A Clone War ist so was wie ... Alles removed. Ja, wohl, den haben wir noch. Hupferer einen. Ich würd sagen, wir probieren's mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir wollen's auch ein bisschen kennenlernen. Wir nehmen noch eine Neutralisierung rein, einfach weil wir ein Arschloch sind. Was soll's. Wir probieren's. Wir schauen, wie weit wir kommen. Das Artefakt ... Oh, nein! Wah, Fehler, Fehler. Die Lyra hab ich doch reingetan. Lyra ist doch drin. Lyra ist doch drin, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Abbrechen, abbrechen! Hab ich die Lyra nicht reingetan? Wenn sie nicht drin ist? Du hast zwei gezogen. Ja, ich hab nur eine reingetan. Leute, beruhigt euch. Leute, es ist alles nur ein Spiel, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, wir haben gar keine Kreaturen. Wir haben nur zwei 1-1er. Ähm ... Ich glaub, wir machen jetzt zu viel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt auch in einem Deck haben, ehrlich gesagt. Aber das ist unsere billigste Kreatur. Ich würd eher die hier rausnehmen. Wir gucken mal. Wir schauen mal rein. Okay, wenn eine Verzauberung in der Kontrolle ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur in der Wahl 1-1. Pegasus, mit Lebensverknüpfung neutralisiere. Verzauberung ins Spiel kommt. So. Da haben wir jetzt das Ding plus zwei plus zwei. Bringt das grad nichts. Wir können ja mal gucken, wie's läuft. Vielleicht steigen wir danach wieder auf Grün-Rot rum. Nimm Grün dazu. Ich weiß immer nicht, was das genau bedeutet. Weil drei Farben funktionieren ... Wenn man keine Möglichkeit hat, Mana zu fixen, weiß ich nicht, wie drei Farben funktionieren sollen. Ich mein, er kriegt's auch hin. Stimmt schon. Und ich sag ja nicht, dass es falsch liegt. Nur, ich weiß einfach nicht, wie's gehen soll. Weil ich's mir irgendwie nicht vorstellen kann. Bei zwei Mana schon oft das Problem, die richtigen Farben zu kriegen. So, er hat immer ... Kriegst du zwei Lebenspunkte dazu. Okay, er hat Konstellation 2. Drei Farben sind super risky ohne Mana-Fixing. Genau. Das denk ich mir nämlich auch. Verzauberungs-Kreatur. Äh? Gut. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten ihn einen wegschicken. Wir könnten unseren Pegasus ins Start bringen. Wir könnten drei Dreier-Konstellationen mit Flugfähigkeiten ... Ah ja, aber er macht nicht so viel Schaden momentan. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, wir können ein bisschen in die Offensive gehen. Wir müssen jetzt halt immer nur zwei Mana zurückstellen für den Lebensverknüpfungseffekt, falls wir das machen wollen. Er hat auch einen Flieger. Eins, zwei, fliege. Geil, seine Konstellations-Idee funktioniert schon mal ganz gut. Aber wir haben zwei, zwei bis zum Ende des Zuges. Das ist keine Aura, ne? Das ist nur für einen Zug. Keine Blocks, ich weiß es nicht. Ich fühle mich sehr unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Und er hat einfach super viele Kreaturen. Das bringt nichts. Es tut mir manchmal leid, Leute, weil ich will nicht mit dem Deckbauen ewig lang verbringen. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwas zusammenklickt, ist es auch blöd. Das bringt halt alles überhaupt nichts. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Wir machen ein neues Deck. Wir machen einfach ein neues Deck. Aber ich versuche mir jetzt ein bisschen Zeit zu nehmen. Also habt einfach ein bisschen Geduld. Vielleicht funktioniert es mit Rot-Grün besser. Vielleicht funktioniert es besser. Nochmal alles raus. Okay. Also. Probier mal Rot-Grün. Wir fangen mal bei den großen Sachen. Also. Wir haben diesen Eber. Wir haben sie. Ich glaube, der ist auch ganz gut. Er hat, wenn er ins Spiel kommt, für jede Hingabe, kriegt eins. Hm. So. Dieses Teil. Ist das... Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, weil eigentlich ist sieben Mana, fünf, fünf, Trampelschaden. Und wir haben ja kein so krasses Hingabezeug. Ne? Ich meine, ich tue ihn jetzt einfach mal rein. Einfach, weil wir einfach die Kreaturen brauchen. Ähm. Chimäre mit Befreiung. Ich glaube, Befreiung ist super. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Nehmen wir auch mal mit rein. Ähm. Hüte hat gut funktioniert. Verzauberung. Aura als Ramp. Wenn wir ein teures... Teure Sachen haben. Ähm. Wenn wir eine Länderkarte irgendwo auf deinen Friedhof klicken, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Wenn eine Verzauberung unter der Kontrolle ins Spiel kommt, erhält die 1,1 bis zum Ende des Zuges. Ah, das ist aber alles so super optimal irgendwie. Ich weiß es nicht. Verzauberung. Wenn das Spiel kommt, ziehe ich eine Karte, erhält 1,0 und Trampelschaden. Kann auch nett sein. Zerstellen, fliegen die Kreaturen in der Wahl. Weiß ich nicht, ob man das reinnimmt. So, was haben wir hier? Opfer, eine andere Kreatur oder eine Verzauberung. Erhält Plus 1 und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Deine Kreaturen sind eigentlich immer gut. Spiel kommt, der Zeuge kann nicht blocken. Immer wenn du einen Zauberspruch wirst, der ein Helden des Zaubers als Ziel hat, erzeuge einen alten Kreaturen. Ah, das ist genau diese Heldenmechanik, ne? Und er kriegt einen 1,0. Verwirrter Zyklop. Reichweite. Ist auch nützlich. Ende tun wir einfach alle rein, ne? Das ist einfach... Flammen einhöhlen, glaube ich, braucht bis zu 3 Kreaturen deiner Wahl 1 Schadenspunkt zu. Die Kreaturen können in diesem Zug nicht blocken. Ja. Kann schon nett sein. Letztes auflodern. Ja, nehmen wir. Held der Spiele hält, brauchen wir. Wirf, weil Susi kosten. Eine Karte ab. Keine Ahnung, ob sowas gut ist oder nicht. Flammenorakel hält 1,0 bis zum Ende des Zuges. Das ist schon mal cool. Gerade wenn wir viel Mana haben. Nehmen wir rein. Presche in die Unterwelt. Weiß ich nicht, ob das gut sein soll oder nicht. Ist ein bisschen weird, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Und einfach, ob es funktioniert. Wenn du eine bleibende Karte opferst, lege eine 1,1-Marke auf. 2 Mana 1,1. Opfer eine Kreatur deiner Verzauberung. Der fügt eine Kreatur deiner Wahl 1 Schaden zu. Sie kann nicht blocken. Für 2 Mana. Oder muss ich irgendwas blocken? Zeug ein 1,1-Roten-Zertür-Kreatur-Spielstein. Ja, wenn wir irgendwas opfern wollen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Die nehmen wir auf jeden Fall rein. Die ist super. Was brauchen wir noch? Hat er das erste Game in den Sand gesetzt? Ja, hab ich. Hab ich getan. Rauschende Lyra nehmen wir natürlich. Obwohl, brauchen wir die Lyra? Ja, schon. Irgendwas, was nicht tappen kann, äh, das nicht blocken kann, ist schon gut. So, wie viele Kreaturen haben wir denn? 14. So. Diese Moosweeper. Wir haben nichts, was 1 Mana kostet. Ähm. Lyra rüchst zweimal. Die ist top. Okay. Moosweeper. Ah, wir haben halt super wenig Removal, ne? Dafür haben wir halt einfach viel Kreaturen. Das ist dann halt so unser Deck. Die mag ich nicht, ehrlich gesagt, weil wir haben nichts... Weg. Wir haben 6 Verzauberungen. Hm. Ziehe eine Karte, 1 und 0 und Trampelschaden. 1 und 0 und Trampeln. Okay, wir haben noch keine Länder aus irgendeinem Grund. Warum kann ich... Habe ich keine Länder? Wie kriege ich Länder jetzt eigentlich? Ja. Haben wir da den... Ist coole Gebirge eigentlich? Das hier, ne? So, jetzt machen wir 8, 9. Ach Gott, ich will diese Diskussion nicht führen. Ich mach's einfach mal so. Und guck mal, wie wir's machen. Am Ende. So, das sind schon alle Karten. 16 Kreaturen, okay. Haben wir noch irgendwas, was unbedingt rein muss? Hier, mit diesem Opfernding. Irgendwie find ich Sealed wesentlich schwerer als Draft. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich find Sealed so schwierig, weil du hast alle Karten auf einmal und kein Plan, was du machen sollst. Bei Draft hast du halt immer Stück für Stück, setz dich zusammen. Sealed ist so schwer. Ja, es ist einfach so random, was man reinnimmt. Vielleicht sollte ich mehr Draft spielen. Ich glaub, Sealed ist mir zu hart irgendwie. Das ist einfach so... Es wirkt so willkürlich, gerade wenn man die Karten nicht so gut kennt. So, noch irgendwas rein? Schwarz muss rein. Ach Leute, ich hab mich jetzt auf grün und rot festgelegt. Lass uns das doch mal durchziehen. Zehn Wälder, sieben Gebirge. Ich versteh mal nicht. Zehn Wälder, sieben Gebirge. Ich mach's einfach, weil ich da gar nicht drüber nachdenken will. Wir probieren's mal. Wir gehen mal rein. Alles klar. Okay. Ich hab meine Erwartungen runtergesetzt auf einen Sieg. Wir schauen mal, ob wir's kriegen. Wir schauen mal, ob wir's kriegen. Alles klar. Okay, wir stehen gegen TM-Chen. Okay. Wir haben schon mal gutes Mana. Das ist schon mal schön. Wir haben schon mal den Typen mit dabei. Finde ich einfach so die Overkill in Person einfach, der Typ. Aber gut. Ansonsten haben wir zweimal den Helden. Die müssen sich natürlich streiten um Effekte auf denen. Die wollen beide verzaubert werden, diese Helden. Okay, der hat den Helden-Effekt in Reinform. Der hat dazu noch einen Satyr. Die find ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag immer diese Effekte, diese zwei Mana plus. Und dann kann man das ja häufiger machen. Da kann man immer viel machen. Gerade wenn man angreift, bevor man seinen Mana ausgibt, ist es immer schwer für den Gegner festzustellen, wie stark die Kreatur jetzt am Ende wirklich sein wird. Ja, Erstschlag ist natürlich ein Problem. Genau das Richtige gegen Todesberührung. Ja, wir können nicht angreifen. Können leider nichts machen. Erstschlag ist schon eine feine Angelegenheit, muss man sagen. Und da wir leider so gut wie kein Removal im Deck haben, ist das vielleicht einfach das Ende. Weil wir kommen da nicht durch. Wir kommen einfach nicht durch. Oh, Leute, jetzt fragen wir von Planeswalking, den der Gegner kontrolliert. Kostet beim Aktivieren eins mehr. Natürlich nicht schlecht. Okay, wir haben unsere Lyra im Deck. Also Lyra ist am Start. Mal schauen, wie es wird. Okay. Okay, wir spielen in Schwarz-Weiß. Okay, der wieder mit Konstellationen. Okay, wir haben die Schimäre-Befreiung. 4-1. Aber wir haben nichts, was einen Erstschlag aushält. Wodurch wir irgendwie mal vorankommen könnten. Ich kann das gerne ausspielen. Und selbst für den Effekt kriegt man nur plus 1, plus 0. Also man wird nicht widerstandsfähiger. Ich meine, wenn er angreift, können wir Doppelblocken. Aber wir können leider nicht angreifen, ohne was ersatzlos zu verlieren. Was natürlich problematisch ist. Was ist das jetzt wieder hier mit Pen & Paper? Ist heute Pen & Paper in Planung? Pen & Paper war nie aus der Planung. Es war von Anfang an heute Abend ist Pen & Paper. Es hat sich nie geändert. Pen & Paper ist heute einfach, findet statt. Wenn es keine Ankündigung gibt, dann findet es einfach statt. Es findet heute Abend einfach statt. Da sind irgendwelche Gerüchte irgendwo im Umlauf gewesen, dass irgendwas ist, die einfach völlig unbegründet sind. Es hat einfach nichts. Keine Grundlage. Okay. Okay, gut. Weniger Chat, mehr aufs Spiel achten. Was können wir machen? Wir legen jetzt irgendwas ab, was kein Land und keine Kreatur ist. Das heißt, wir verlieren leider unsere Sage. Moosweeper ist leider das Einzige, was wir machen können. Mann, das ist echt frustrierend. Dieser eine Erstschlag-Typ sorgt leider dafür, dass nichts geht. Einfach nichts mehr geht. Naja, schwierig. Ach ja. Greif doch mit der Viper an. Er hat hier den Effekt Erstschlag, womit er seinen Schaden zufügt, bevor er meine Viper angreift. Das heißt, er tötet meine Viper. Ich erreiche nichts. Das ist leider das Problem, dass er ohne selber Schaden zu nehmen, Schaden austeilen kann. Das heißt, er würde die Viper einfach töten. Das blockiert uns gerade einfach sehr stark. Okay, gut. Wir kommen ein Mana näher an unseren sieben Mana-Typen. Okay, sorry. Wir lassen das an der Stelle. Wir können noch ein bisschen Constructed spielen. Pen & Paper fällt nicht aus, Freunde. Bitte. Es findet einfach statt. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber es ist massiv frustrierend, wenn Gerüchte im Umfeld sind, die einfach nichts zu tun haben. Pen & Paper findet statt, Leute. Sorry, ich bin gerade ein bisschen gereizt, einfach weil es mich gerade nervt. Wir spielen einfach noch, ich habe ein weißes Deck gebaut. Es ist einfach ein relativ klassisches weißes Deck, das momentan viel gespielt mit, mit viel Life-Gain und viel Sachen. Da können wir noch mal reingucken. Mit dem bin ich relativ erfolgreich erfahren. Das ist relativ Standard. Aber wir gucken mal rein. Ach, Leute, jetzt finden es Leute lustig, jetzt absichtlich zu schreiben, dass Pen & Paper ausfällt. Meine Güte, ihr seid nicht. Aber ich lasse mich auch zu leicht ärgern. Das ist einfach. Es ist, ich bin ein einfaches Ziel. Das gebe ich auch zu. Aber ja. Naja. Gut. Okay. Also, ich habe ein weißes Deck zusammengestellt mit den ganzen krassen weißen Karten, die es so gibt momentan. Eine meiner absoluten Lieblingskarten ist Riesentöter. Holy Crap ist diese Karte nützlich. Die kann so viel. Erst mal eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr. Zerstören ist schon mal krass. Und dann einfach noch für zwei Mana tappen einfach die ganze Zeit. Das ist schon einfach krass. Und ich habe diese coolen Ebenen hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich die habe, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich habe nie irgendwas krasses aufgemacht oder so. Aber irgendwie habe ich die aus irgendeinem. Und das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und ansonsten halt so das, was man von weiß kennt. Die ganzen Lifelink-Zeug. Hier kriegt man immer Lebenspunkte, wenn was ins Spiel kommt und raus. Und das ist uns, ja. Okay. Und diese Schimäre ist halt einfach hart. Mein Gegner macht halt auch einfach gar nichts. Da glaube ich, ist jedes Deck ganz okay. Aber ansonsten ist es schon ganz gut. Das sind die neuen Standardländer. Aber die habe ich nicht in jeder Farbe, ehrlich gesagt. Ich habe gerade vorhin bei den, ähm, bei Grün auch mal geguckt. Ich habe die nicht als Wald. Komischerweise sind das genau die, die ich auch als echte Karten habe. Ehrlich gesagt. Schade, dass du so schnell aufgegeben hast. Ja, manchmal nervt es mich. Und ich weiß immer, ihr schreibt dann, oh, du hast noch gar nicht verloren. Aber es existieren einfach so Dinge wie menschliche Emotionen. Ja, und das, irgendwie habe ich das Gefühl, der Chat ignoriert das einfach immer. Manchmal fühlt man sich einfach nicht gut. Manchmal ist man überfordert. Und dann hört man einfach auf. Auch wenn man das Spiel nicht gewonnen hat. So, ihr lehnt zurück und seid rational und betrachtet das. Aber man selber hat halt manchmal einfach das Schwierig. Ja, also immer dran denken. Auch wenn ihr sowas schreibt wie, warum hast du das? Warum hast du das? Die richtige Antwort ist oft einfach, der Mensch hat Emotionen. und tut Dinge, die von außen betrachtet manchmal merkwürdig erscheinen. Einfach, weil Menschen so sind. Es ist schwer nachzuvollziehen für Außenstehende. Ja, manchmal. Ja, und Seed, glaube ich, Seed war ein Fehler. Seed überfordert mich einfach. Weil gerade, wenn man die Karten nicht so gut kennt, sind es einfach viel zu viele auf einmal. Ähm, das ist schon echt schwer. Genau. Schöner Mono-White-Sieg auf die Fresse hebt die Stimmung. Auf jeden Fall. Es ist echt hart. Ähm, es hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Und ich mag die Länder echt gerne. Und Grönung von Meletis ist auch eine meiner absoluten Lieblingskarten. Ich finde die, es macht einfach immer Spaß, die auszuspielen. Weil besser als ein cooler Effekt sind einfach drei coole Effekte. Und ich würde lieber drei kleine gute Effekte nehmen als einen großen. Und da hat man einfach drei nützliche Sachen. Schon gut. Ja, wir haben zwar wenig billige Kreaturen. Unser Gegner spielt auch. Ah, da kommt gleich die, diese, äh, diese Fliegerin. Diese Blut, Bluttrinker, Vampiren, Gedöns. Gedöns. Äh, okay, fast. Okay, das wird auf jeden Fall ein Problem. Ähm. Frage ist, ob ich sie jetzt schon wegremovlen soll oder nicht. 4-4. Hier wird ein Problem. Ich glaube, ich brauche mein Bandeslicht gegen den, gegen diesen Vampir. Diesen schwarz-weißen Vampir, der immer krasser wird in meinem Lebenspunkt. Ich habe schon oft genug gegen dieses Deck gespielt, dass ich weiß, dass diese Karte einfach kommt. Deswegen lasse ich mich hier nicht verführen. Gut, vielleicht nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur Engel der Lebenskraft ohne Ende. Fuck. Jesus, einfach hartes Life-Gain einfach nur. 3-3-3-4. Alles zu wenig. Gegen seine 4-4er. Ah, 4-4 ist natürlich ein böser Wert, ne? Was machen wir denn? Auf der anderen Seite will ich Bandeslicht halt nicht spielen, bevor ich den Archon spiele. Die haben zumindest keine Lebensverknüpfung, ein bisschen schon mehr. Okay. Wir haben zumindest einen Block. Doppelblock. Hoppla, schreibt er. So, wie in so einem Thema? Ich kann keinen Doppelblock. Wie läuft's? Läuft schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin ein wenig gereizt und genervt, aber ist okay. Ähm, ich wollte fragen, ob du jetzt an der Pen & Paper die Yora-App kennst. Kann ich nicht nehmen. Ich bin, was das angeht, auch ein sehr oldschool Pen & Paper-Spieler. Ich benutze keine Apps, benutze keinen Computer, gar nichts. Ich will, dass er noch zumindest einen seiner dummen Vampire spielt, damit ich den, damit ich den ins Exil schicken kann. Ja, gut. Gut. Freunde, ich glaube, das war's für heute. Wir hatten zumindest einen guten Run. Ähm, es tut mir leid, dass ich da manchmal so ein bisschen unangenehm werde und ein bisschen gereizt bin. Aber es ist einfach schwierig, wenn man ohnehin schon überfordert ist mit diesen ganzen Karten, die man alle nicht so hundertprozentig gelesen hat. Und dann sagt der Chat, ah, du bist stagnierst, du wirst immer schlechter. Und es ist dann einfach zu viel. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Ähm, ich geh jedes Mal in die Sendung rein und denk mir, hör nicht auf den Chat, hör nur auf das Positive. Aber es ist einfach schwierig. Aber ich glaube, das krieg ich auch noch hin. Und, ähm, bis dahin. Und dann die Sachen mit diesem Pen & Paper-Gerücht, sowas regt mich einfach auf, warum das immer wieder zirkuliert wird und dann kommen die Trolle und machen's absichtlich und, naja. Aber gut, wir haben heute einen Homerun erzielt und das sollte, äh, auch was gelten und, ähm, es lief ganz okay. Ansonsten, haut rein. Äh, wir sehen uns jetzt zumindest später noch mal für Nerds of the Rings. Äh, ist heute das große Finale. Ansonsten, ähm, wird es natürlich heute Abend, äh, Pen & Paper stattfinden. Und ansonsten wünsche ich noch einen fantastischen Abend. Oh, natürlich, klar, Mini-Motorways natürlich. Heute 16 Uhr oder was? Wann kommt das? Äh, 15.30 Uhr. Guck mal, das kommt ja schon bald, Mensch. Zwei Stunden, kurze Mittagspause, schön noch mal irgendwie Karatze an der Tanke holen und dann kommen wir um 15.30 Uhr direkt wieder zurück. Ähm, haut rein, bis dahin, äh, macht's gut und, äh, wir sehen uns 15.30 Uhr, Mini-Motorways, dann Nerds of the Rings und heute Abend Pangasius. Haut rein, macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.